Hallo, ich bin Ed und ich bin Felami und wir sind beide beim Projekt Ipad, der Kompetenzstelle für intersektionale Pädagogik. Ipad, was wir machen, wir bieten Workshops an zu diskriminierungssensibler Pädagogik. Wir arbeiten vor allem in Schulen, in Ausbildungsstätten für angehende PädagogInnen und andere Fachkräfte. Wir arbeiten aber auch mit SchülerInnen, Kindern und Jugendlichen, in Jugendzentren und anderen Einrichtungen und bieten Prozessbegleitung an in sozialen Einrichtungen, die zum Beispiel Öffnungsprozesse versuchen anzuleiern. Genau, und sowohl Ed als auch ich haben Erfahrung oder haben mehrere Jahre in der psychosozialen Beratung gearbeitet, bei Les Migras, bei Lambda und bei Glad. In unserer Arbeit begegnen uns oft Menschen, das können Kinder und Jugendliche sein oder auch Erwachsene, die sozusagen im pädagogischen System arbeiten und da versuchen Dinge zu verändern. Menschen begegnen uns mit Themen, die manchmal ziemlich hart sind. Also zum Beispiel, dass uns Kinder und Jugendliche von ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen berichten, denen sie sich relativ hilflos ausgeliefert sehen oder dass Erwachsene davon berichten, dass sie sozusagen diskriminierende Strukturen im pädagogischen System verändern möchten oder die sozusagen weniger diskriminierend machen wollen oder mehr Bewusstsein schaffen wollen und dabei aber sozusagen ganz viel Widerstand sozusagen ihnen entgegenschlägt auf diesem Weg. Und diese Situation kann manchmal sehr schwer auszuhalten sein. Und Menschen bekommen einen Unterstützungsbedarf oder entwickeln den Bedarf danach, sich auszutauschen, mal zu gucken, die Bewältigungsstrategien, die ich mir gerade aussuche, um mit dieser schwierigen Situation umzugehen, die helfen tatsächlich oder die helfen vielleicht auch gar nicht und eigentlich verschieben die sozusagen die Problematik. Und genau mit diesen Themen sind wir sozusagen viel beschäftigt gewesen und beobachten das jetzt auch sozusagen im Rahmen unserer Arbeit. Genau. Also zu uns kommen zum Beispiel auch in Workshops immer wieder Fachkräfte oder angehende Fachkräfte, die uns dann erzählen, dass sie auch in der Schule selber Beratung anbieten und dann aber eben nicht wissen, wie sie irgendwie damit umgehen sollen, dass es natürlich auch Grenzen gibt, dass es sozusagen einerseits natürlich die Aufgabe von BeraterInnen ist, Leute darin zu unterstützen, diese Umgangsstrategien zu finden und auch welche zu entwickeln, die tatsächlich möglichst hilfreich sind, auch langfristig funktionieren. Jetzt ist es ja so, dass das Schulsystem, so wie wir es kennen, das Regelschulsystem, ein sehr autoritäres System ist, sehr einschränkend für SchülerInnen und eben auch für Fachkräfte, die vor allem mehrfach Diskriminierung erfahren. Und da ergeben sich natürlich ganz viele Problemlagen daraus, sich darin zurechtzufinden. Und in unserer Arbeit ist es jetzt mittlerweile so, also wir bieten keine klassische Beratung mehr in Schulen an, aber wir haben eben viel zu tun mit Kräften, mit SozialarbeiterInnen und anderen Kräften, die auch selber Beratung in der Schule anbieten und die, das werden viele von euch wahrscheinlich auch kennen, sich dann irgendwie in diesem Spannungsfeld bewegen müssen. Einerseits sozusagen zu wissen, dass das System an sich, das Schulsystem eben sehr einschränkend ist und dass die Auswirkungen davon weitergehen werden, auch dann, wenn die SchülerInnen eine Handlungsstrategie für sich finden. Also das heißt, natürlich kann ich eine gewisse Resilienz entwickeln, ich kann Ablenkung suchen, ich kann mich vernetzen mit anderen SchülerInnen, die ähnliche Erfahrungen wie ich machen. Und das kann auch alles sehr heilsam sein und eine sehr empowernde Erfahrung sein, zu merken, ich bin nicht alleine, zu merken, ich bin nicht schuld daran, wie es mir geht, ich bin nicht schuld daran, dass ich mit bestimmten Dingen nicht gut zurechtkomme. Aber, und das ist natürlich auch ein Druck, der dann auf den beratenden Kräften lastet, dass man an den Punkt kommt, zugeben zu müssen, dass die Erfahrungen aber weitergehen werden. Genau. Und an dem Punkt befinden wir uns vor allem mit einem intersektionalen Ansatz, an so einer klassischen Schnittstelle davon, also da geht ein Spannungsfeld auf, was einerseits beinhaltet, dass wir bestimmte Problemlagen analysieren können. Also wir können sagen, hier gibt es ein System, was so und so funktioniert, was für die und die Menschen funktioniert und was für diese Menschen aber zum Beispiel nicht funktioniert. Also was systematisch bestimmte Gruppen bevorteilt und andere eben eher benachteiligt werden. Und das schafft sozusagen eine Situation, in der es immer wieder zu Problemlagen kommen wird für bestimmte Menschen, Menschen, die zum Beispiel bestimmte Privilege nicht haben oder die sozusagen von bestimmten Machtverhältnissen nicht bevorteilt werden. Und da das was wiederkehrendes ist, befinden wir uns halt, wir befinden uns in so einer Suchbewegung dazu, den richtigen Ansatzpunkt zu finden zwischen dem Arbeiten mit einem System, was sich erstmal so schnell nicht ändern wird und was ein großes Gewaltpotenzial beinhaltet. und andererseits aber natürlich sind wir sehr stark damit beschäftigt, Menschen zu empowern und zu bestärken, individuelle Umgangsmechanismen zu finden oder Strategien zu finden, um in diesem System nicht unterzugehen. Obwohl wir das System nicht ändern können und das ist immer wieder eine Herausforderung auch für uns, weil das natürlich ein sehr großes Frustrationspotenzial auch birgt, aber weiter zu bestehen in Systemen, die nicht für uns gemacht sind, das ist natürlich auch immer wieder eine empowernde Erfahrung. Diskriminierungserfahrungen und vor allen Dingen Diskriminierungserfahrungen, die sich auf verschiedenen Ebenen unserer Identitäten abspielen, können zu nachhaltigen Gesundheitsschäden führen. Und wir sprechen immer über mentale Gesundheit und über Diskriminierung und dass es da einen negativen Zusammenhang geben könnte, aber wir wissen also gar nicht so genau oder oft wird nicht darüber gesprochen, was das genau bedeutet. Und ich würde das mal so erklären, wenn wir sozusagen jeden Tag auf die Straße gehen und bestimmte Erfahrungen machen, die sich schädigend auf unser Wohlbefinden auswirken. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag bei der Bäckerei, wo ich mir meine Brötchen kaufe, einen blöden Spruch bekomme, über den ich mich ärgere, den andere Leute aber nicht bekommen. Also wenn ich bestimmte Erfahrungen mache, die sozusagen meinen Alltag prägen, die da eingebettet sind und die, mit denen ich mich immer wieder alleine sehe. Also das sind Erfahrungen sozusagen, die sich auf bestimmte Merkmale meiner Persönlichkeit beziehen, die ich nicht verändern kann, auf die ich keinen Einfluss habe. Und das auch Merkmale meiner Persönlichkeit sind, mit denen ich in der Minderheit bin, in dem gesellschaftlichen Kontext, in dem ich mich bewege. Bedeutet das, ich muss sozusagen einen Umgang damit finden. Ich muss einen Umgang damit finden, dass ich anders behandelt werde und dass mir in bestimmten Situationen bestimmte Rollen zugeschrieben werden, die anderen Menschen nicht zugeschrieben werden. Ich muss immer wieder etwas richtigstellen, sozusagen. Und das erfordert Energie. Und diese Energie geht natürlich von meinem Haushalt ab oder von dem, was mir eigentlich überhaupt an Energie, um meinen Alltag zu bewältigen, zur Verfügung steht. Und das bedeutet auch, dass ich sozusagen weniger Ressourcen oder Kapazitäten dafür habe, mit anderen Problemen, die mir im Alltag vielleicht begegnen, umzugehen. Und sozusagen immer auch die Unsicherheit habe, kommt das jetzt wieder zu einer Ungleichbehandlung oder kann ich mich darauf verlassen, dass ich sozusagen einfach nur aufgrund von Fakten, die nichts mit meinen verschiedenen Identitätszugehörigkeiten zu tun haben, beurteilt werde. Genau. Und diese gesundheitlichen Schäden, die entstehen können, sind halt zum Beispiel ganz viele Sachen, die mit der mentalen Gesundheit zu tun haben. Also das kann sozusagen einmal sein, dass sich das auf mein Wohlbefinden auswirkt. Das bedeutet, ich fühle mich einfach nicht mehr so gut. Wenn ich mich dann nicht mehr so gut fühle, dann kann das dazu führen, dass ich Sachen auch sozusagen weniger positiv sehe, dass ich weniger optimistisch in die Zukunft blicken kann und dass sich dann bestimmte Gedankengänge bei mir so einschleifen, sozusagen, die dazu führen, dass ich eine Depression ausbilden kann, dass ich eine depressive Episode ausbilden kann, dass ich schnell ermüdet bin, dass ich sozusagen gar nicht mehr, dass ich mich zurückziehe, dass soziale Interaktionen für mich super anstrengend werden, dass ich den Kontakt zu meinen Gefühlen verliere, weil die immer so schlecht sind und ich sozusagen auch gar nicht so richtig einen Ausweg sehe und natürlich eine generelle Hoffnungslosigkeit. Und das sind alles Sachen, die ganz stark was machen mit der Art und Weise, wie wir uns fühlen und wie es um unsere mentale Gesundheit bestellt ist. Weil ja sozusagen Leute, die permanent diese Diskriminierungssituation erfahren, müssen ja quasi nicht nur Energie reinstecken, sich gegen die Situation an sich zu wehren, sondern gleichzeitig auch ihr Selbstwertgefühl zu verteidigen. Und eigentlich hat aber unser Bildungssystem oder sollte unser Bildungssystem die Aufgabe haben, SchülerInnen darin zu bestärken, ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln, einen positiven Bezug zu sich selbst und zu ihrer Umwelt zu entwickeln, Möglichkeiten und Ideen zu sehen, wie man die Welt besser gestalten kann und eben nicht dazu führen, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen eigentlich vor allem sich verteidigen und irgendwie sich selbst erhalten, anstatt sich weiterentwickeln zu können. Also das ist sozusagen so, wie für die einen Leute kann das Rennen sozusagen losgehen, alle stehen am gleichen Startpunkt und für die einen ist es halt so, dass dann eine Hürde ist und die Hürde muss erstmal inspiziert werden und wie gehen wir jetzt damit um, während die andere Person schon die halbe Runde durchgelaufen hat. Also wir müssen, also wir dürfen nicht vergessen, dass sozusagen Diskriminierung auf jeden Fall Glasdecken schafft, die vielleicht nicht sichtbar sind, aber die total spürbar sind für Leute, die marginalisierten Gruppen angehören und vielleicht auch mehr als nur einer. Abschließend ist es uns wichtig zu sagen, dass wir Beratung und Unterstützung für Menschen, die mehrfach Diskriminierung erleben, die intersektional gesehen von Machtverhältnissen benachteiligt werden. Also dass es für diese Gruppe total wichtig ist, eine total sinnvolle Unterstützungsform ist. Und uns ist auch auf jeden Fall wichtig zu sagen, in den Bedarf von Beratung und Unterstützung zu kommen, ist sozusagen kein Wunder bei den herrschenden Verhältnissen. Es ist eigentlich eher eine Nebenerscheinung des täglichen Struggles zu bestehen in dem System, in dem wir uns gerade befinden. Und also scheut euch nicht, sozusagen Unterstützung und Anspruch zu nehmen. Das, was uns an manchen Punkten entgegenwirkt und entgegenschlägt, das kann auch eigentlich keine Person alleine gut bewältigen. Deshalb sorgt frühzeitig dafür, dass ihr euch mit Menschen vernetzt, dass ihr euch austauscht, dass ihr auch ernst nehmt, wenn es euch nicht gut geht. Und versucht, also versucht nicht, das auf einer individuellen Ebene zu lösen, denn ihr könnt sozusagen ein systematisches Problem nicht individuell sozusagen auflösen. Das ist einfach nicht möglich. Absolut. Genau. Und deswegen würden wir auch sagen, dass wenn man tatsächlich, wenn das jetzt hier auch Leute schauen, die sich vielleicht selbst in entscheidungstragenden Positionen befinden, dass es natürlich nicht möglich ist, die gesundheitsschädigende Folgen eines autoritären diskriminierenden Systems aufzugeben, nur durch Beratung und Unterstützung für die jeweils betroffenen Personen. Sondern, dass das unserer Auffassung nach überhaupt gar nicht funktioniert, ohne an eben den Punkt strukturelle Änderungen auch tatsächlich durchzusetzen und zu sagen, das, was überhaupt diese Schwierigkeiten verursacht, muss aufhören. Ja. Ja. In dem Sinne. Danke fürs Schauen und habt eine gute Mental Health Week mit den anderen Inhalten. Und unterstützt euch schön weiter, gegenseitig. Tschüss. 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 Tschüss.